Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Kapitel geht es wieder um Geometrie. Einige geometrische Grundbegriffe haben wir ja schon kennengelernt, wie zum Beispiel die Halbgerade, Gerade oder die Strecke. Das, was wir heute kennenlernen, das verbirgt sich hinter diesem dunkelgelben Feld. Es gibt zwei gelbe Felder in dieser Zeichnung mit den Autos, aber nur eines schauen wir uns jetzt mal näher an, nämlich das dunkelgelbe Feld. Wenn man da genau hinschaut, dann geht es ja irgendwie so von der Spitze weg, also von dem blauen Auto nämlich. Und wenn man da ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass es von dem sogenannten Rückspiegel ausgeht. Was ist ein Rückspiegel? Den Rückspiegel verwenden eure Eltern, wenn sie Auto fahren. Sitzen im Auto, gucken in den Rückspiegel, ob sie zum Beispiel überholen können, ob jemand hinter ihnen kommt und dann können sie überholen. Warum haben wir einen Rückspiegel? Weil nicht jeder nach hinten schauen will, sondern jeder soll sich auf seine Straße konzentrieren und nur einen kleinen Blick in den Rückspiegel machen kann. Was sieht man im Rückspiegel? Nun, man sieht den Bereich hinter sich, was hinterm Auto passiert. Nur nicht ganz und das will ich euch jetzt mal kurz kenntlich machen. Es wird nämlich, wenn man in den Spiegel schaut, nur ein kleiner Bereich zu sehen sein. Der wird zwar relativ groß, aber er geht eigentlich von einem kleinen Feld aus, nämlich von eurem Spiegel. Das ist der sogenannte Blickwinkel. Wenn ich nach hinten schaue, sehe ich in einem bestimmten Bereich etwas. Was ich hier nämlich zum Beispiel durch den Spiegel nicht sehe, das ist das rote Auto, das dann zum Beispiel rechts neben mir fährt. Aber ich kann durch den Rückspiegel einen großen Bereich abdecken, was hinter mir alles passiert. Und das nennt man mathematisch einen Winkel. Der Bereich, der quasi von dem Spiegel ausgeht und durch zwei Halbgeraden begrenzt ist, das ist der sogenannte Winkel. Und mit dem werden wir uns jetzt die nächsten Stunden noch etwas näher beschäftigen. Der Winkel ist quasi der ganze dunkelgelbe Bereich. Also nicht nur da, wo es dann irgendwann aufhört, sondern die Halbgeraden gehen ja quasi ins Unendliche. Und alles, was dazwischen ist, nennt man einen Winkel. Und das kennen wir zum Beispiel eben durch den Rückspiegel vom Blickwinkel von euren Eltern, wenn sie im Auto sitzen. Was wir mathematisch über den Winkel noch alles wissen müssen, das zeige ich euch jetzt. Jetzt, ich habe euch jetzt nochmal so einen Winkel gezeichnet, also einen, den man quasi ein bisschen gedreht hat. Das ist jetzt auch wieder ein Winkel. Das heißt, wir haben hier zwei Halbgeraden und dazwischen drin, alles, was dazwischen drin ist und diesen beiden Halbgeraden, das ergibt eben den Winkel. Was wir heute machen wollen, ist, wir geben dem Ganzen Punkte und bezeichnen das Ganze. Also wie bezeichnet man Winkel, ist das, was wir heute lernen wollen. Und ich habe die jetzt mal mit Punkten bezeichnet, denn auch Halbgeraden werden wir oder haben wir ja schon mit Punkten bezeichnet. Ich habe hier den Punkt A genommen, hier den Punkt B. Und warum ich diesen Punkt S nenne, werde ich euch gleich zeigen. Die beiden Halbgeraden bei einem Winkel nennt man Schenkel. Und der Punkt, wo sich die beiden Halbgeraden treffen, das nennt man den Scheitelpunkt. Und deswegen habe ich den auch S genannt. Also, das heißt, ein Winkel wird begrenzt durch zwei Halbgeraden, die heißen jetzt hier SA und SB. Und in der Übersetzung heißen die Schenkel beide und der Punkt, wo sich beide Halbgeraden trennen, nennt man den Scheitelpunkt. Man, das ist jetzt aber ja nur, es sind ja nur die Halbgeraden und der Punkt. Was wir noch brauchen, ist die Bezeichnung der kompletten Fläche. Das heißt, allem, was zu diesem Winkel dazugehört. Und das macht man meistens kenntlich mit so einem Pfeil und einem griechischen Buchstaben, in dem Fall das Alpha. Da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, um den Winkel zu kennzeichnen, reicht es eben nicht aus, nur zwei Halbgeraden zu zeichnen, sondern ich muss auch den Bereich dazwischen kenntlich machen. Dieser Winkel heißt jetzt also Alpha. Nur, da können wir noch eine weitere Bezeichnung dazugeben. Dieser Winkel heißt nicht nur Alpha, sondern er ist auch der Winkel ASB. Das heißt, er kann auch nach den Buchstaben benannt werden. Wir nehmen mal an, wir fangen hier zu drehen an. Also, der Punkt A ist der Anfangspunkt des Winkels, dann geht es zu S und damit haben wir aber nur eine Halbgerade gezeichnet oder eine Halbgerade genannt. Deswegen muss es auch noch auf den zweiten Schenkel gehen. Deswegen heißt dieser Winkel ASB. Man fängt quasi hier unten an, bei dem Schenkel, wo der Punkt A drauf ist, geht dann über den Scheitelpunkt hin zum Schenkel B. Das heißt, mit diesen drei Buchstaben kann ich den Winkel auch bezeichnen. Die Frage ist jetzt nur, wo fange ich da immer an? Man fängt immer dort an, wenn man gegen den Uhrzeigersinn dreht. Das heißt, ihr müsst euch beim Winkel immer vorstellen, dass es gegen den Uhrzeigersinn geht, in die eine Richtung. Und dann kann ich quasi auch rausfinden, wo ich zuerst ansetzen muss. Der Pfeil geht quasi von A nach B. Jetzt habe ich hier schon ein zweites eingezeichnet. Dementsprechend kann ich diesen Winkel hier ja eigentlich auch anders kenntlich machen. Ich kann nämlich auch sagen, dass es der Winkel BSA sein soll. In dem Fall fange ich jetzt nicht bei A zu drehen an, sondern bei dem Schenkel, wo der Punkt B drauf liegt. BSA. Ich zeichne das hier mal ein. Das heißt, ich kann aus den selben zwei Halbgeraden zwei Winkel kenntlich machen. Einmal den Winkel dazwischen, wo ich bei A zu drehen beginne und über S zu B gehe. Und hier, wo ich bei B zu drehen beginne und über S zu A komme. Das heißt, zwei Bezeichnungen in diesem Fall. Da muss man immer gehörig aufpassen, wenn man das mit Buchstaben kenntlich macht. Wichtig ist auch dieses Winkelzeichen hier davor, dass wir das nicht vergessen. Die griechischen Buchstaben, die wir dafür verwenden, sind A, B, C, D, E und so weiter, nur eben in Griechisch. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Das heißt, den nächsten Winkel, den haben wir jetzt ja Beta genannt, den könnten wir dann Gamma nennen, den nächsten Delta, den nächsten Epsilon. Und wir können ihn immer nach Buchstaben benennen. Das heißt, wenn hier jetzt zum Beispiel der Punkt P heißt und hier der Punkt O heißt, dann würde der Winkel O, S, P heißen. Wichtig dabei ist immer, gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, dass ein Winkel der Bereich ist, der von zwei Halbgeraden begrenzt wird. Also der ganze Bereich, auch was dazwischen ist. Und wir haben gelernt, dass man diesen Bereich mit griechischen Buchstaben kenntlich macht. Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter. Da werden wir noch ein paar mehr kennenlernen. Dieser Bereich kann aber auch durch Buchstaben kenntlich gemacht werden, nämlich durch das Winkelzeichen, das wir hier links und rechts von mir schon sehen. Und dann mit den Buchstaben, die eben auf diesen Halbgeraden liegen, aufpassen, dass wir da immer gegen den Uhrzeigersinn, im mathematischen Drehsinn arbeiten. Das heißt, wenn wir Winkel bezeichnen, nehmen wir immer den, der bei der Drehung zuerst gegen den mathematischen, also gegen den Uhrzeigersinn zu sehen ist. Das werden wir uns die nächsten Stunden nochmal üben. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.